Hallo liebe Niki, seit dem Spiel der Herzen hast du in Memmingen ganz, ganz viele neue Fans gewonnen. Wir haben uns immer sehr über deine Unterstützung in der Meisterschaft und vor allen Dingen in den Playoffs gefreut. In ein paar Stunden hast du deinen Weltmeisterschaftskampf in Ludwigshafen. Dafür drückt dir der gesamte Verein, alle Fans, alle Zuschauer und natürlich die erste Mannschaft ganz, ganz fest die Daumen. Hau rein! Servus Niki, ich bin's Joey Vollmer von den Memminger Indians. Ich wünsche dir von der ganzen Mannschaft und natürlich von mir persönlich ganz viel Glück am Samstag für deinen Kampf. Alles Gute! Hallo liebe Niki, wir wünschen dir von den ECDC Memminger Indians ganz, ganz viel Erfolg für Samstag, für deinen Kampf. Und wir drücken dir ganz fest die Daumen. Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein!